Was geht ab Leute, Zane ist wieder da mit dem Review zu One Piece Kapitel 944 mit dem schönen Titel Partner. Das letzte Kapitel hat geendet als Zorro und Sanji Otoko retteten und jetzt streiten sie sich darüber wer wem im Weg steht. Ich finde es schön das Zorro und Sanji trotz der langen Zeit wo sie sich nicht gesehen haben immer noch genauso sind wie früher. Währenddessen verwandelt sich X-Drake in seine Dinoform und Orochi ist natürlich ziemlich angepisst das sich Sanji und Zorro einmischen und möchte das ganze beenden indem er sie alle erschießen lassen will. Zorro übergibt Otoko an Sanji und möchte wohl jetzt auf Orochi losgehen. Die anderen wie Lysop Shinobu und Co überlegen sich nun was sie machen sollen, natürlich möchten die Samurai den Körper von Yasuo nicht einfach an Orochi übergeben. Und hier an der Szene merkt man jetzt mal wie schwer das ganze ist, denn immerhin hat Yasuo den Plan zwar sozusagen verraten, hat sich dann aber geopfert damit alle glauben es gäbe kein Komplott und wenn sie sich jetzt wieder größer einmischen ziehen sie wieder die ganze Aufmerksamkeit auf sich und gefährden somit den Plan. Was soll man nun in so einer Situation tun? Jemanden wie Zorro interessiert sowas natürlich nicht und er legt direkt los mit einer 720p Kanone in Richtung Orochi. Denn Zorro kannte zwar Yasuo nicht so gut, aber die gesamte Situation macht Zorro so dermaßen wütend. Jedoch blockt Kiyoshiro diese Attacke. Und hierbei merken wir direkt was wir von Kiyoshiro zu erwarten haben, wenn dieser einfach mal diese Attacke ohne Probleme abblocken kann. Ich denke daran, dass Kiyoshiro wohl auf Augenhöhe mit Zorro steht, wenn nicht sogar darüber. Doch dass er die Attacke blockt ist doch gleichzeitig wieder etwas für mich verwirrend. Denn es besteht ja schon länger die Theorie, dass er eigentlich möchte, dass Orochi stirbt und dann seinen Platz einnimmt. Wieso dann nicht einfach Zorro Orochi töten lassen? Auch der Blick von Hiyori als sie Kiyoshiro sah war für mich jetzt irgendwie sehr schwer zu deuten. War das jetzt einfach nur ein Schock, dass Kiyoshiro auf einmal da ist oder ist sie froh, dass er da ist oder versteht sie selber nicht was der da eigentlich macht? Wir werden es sicherlich in den nächsten Kapiteln erfahren. Zorro ist nun wirklich in einem mentalen Stadium, wo ihm alles egal ist und er einfach nur seine Rache möchte. Und darüber bin ich gespannt wie sich dies in der weiteren Story fortsetzen würde in Wano. X-Drag nutzt derweil die Verwirrung und möchte Sanji und Otoko fressen, doch Sanji bemerkt dies sicherlich aufgrund seines Observationshakis und kann gerade noch ausweichen. Sanji kickt daraufhin X-Drag, doch diesen stört dies wenig, was uns wieder ein bisschen Aufschluss darüber geben kann wie viel stärker er als Page One ist, den Sanji ja erledigt hat. Zorro gibt nun nicht auf, er ist in Rage und möchte Orochi erwischen. Er bittet sogar seine Freunde ihm den Weg zu ebnen. Franky blockt daraufhin Schüsse die von Orochis Handlangen auf Zorro abgefeuert werden in ganzer Piccolo Manier. So was haben die Leute aus Wano nie gesehen. Sie wissen ja nicht was ein Cyborg ist. Und Franky macht sie mit einer Strong Ride fertig. Daraufhin schnappt sich dieser Yasu und rennt davon. Lissop, Robin und Nami halten die Gegner in Schacht, die hinter Franky herrennen. Orochi ist nun auf der Flucht, doch Zorro kommt nicht hinterher, weil sich Kyoshiro wieder in den Weg stellt. So gibt es zwischen den beiden einen Schlagabtausch, welcher Zorro so wütend macht, dass er Kyoshiro sogar anbrüllt er solle abhauen. Und daran erkennen wir mal wie wütend Zorro eigentlich ist. Denn er würde sonst einem Schwertkampf niemals never ever 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 aus dem Weg gehen. Währenddessen im Gefängnis. Queen, Hio und Ruffy beobachten die Geschehnisse. Queen lacht einfach nur über Ruffys Freunde. Dann plötzlich werden zwei Gefangene ins Gefängnis gebracht. Zum einen Kamaso der Killer, der nun in der Gunst von Orochi gefallen ist. Und zum zweiten Justus Kidd, welcher sich hat doch wieder schnappen lassen. Wieso? Du warst doch schon weg und dann lässt du dich wieder fangen. So ein Lappen. Justus Kidd ist richtig mies angepisst. Er fragt was man seinen Freunden angetan hat und spricht direkt zu Kamaso wieso dieser immer lacht. Er hastet doch sein Lachen und hat sich irgendwann hinter einer Maske versteckt aufgrund dieses Lachens. Denn Kamaso ist niemand anderes als der Vizekapitän der Kidd Piratenbande Killer. Killer ist nur noch am Lachen und heulen gleichzeitig. Denn er wurde zwangsgefüttert mit der Smile. Scheinbar hat diese aber bei ihm nur bewirkt, dass er die Fähigkeit zu schwimmen verloren hat, sowie ständig lachen muss. Ähnlich wie die Leute aus Ebisu. Kidd und Killer werden kopfüber aufgehängt und in ein Wasserbecken getunkt. Queen sagt, dass das Sumo Match weitergeht und solange Ruffy am Leben ist, werden die beiden im Wasserbehälter bleiben. Also müsste Ruffy sich im Grunde opfern um die zwei zu retten. Dies macht Ruffy natürlich sauer und diese greift direkt Queen an. Doch diese block Ruffys Schlag mit einer Hand ohne Probleme und dies zeigt uns nochmal die Stärke von Queen. Selbst Kataguri hatte größere Schwierigkeiten. Queen ist sauer. Heute sind irgendwie alle sauer in dem Kapitel irgendwie. Weil er sein Oshiruku noch nicht essen konnte, als plötzlich ein Geräusch die Szene unterbricht. Scheinbar ist der Kontakt zu den Wachen vor dem Gefängnis abgebrochen. Und dann sehen wir im letzten Panel Big Mom mit einem gruseligen Gesicht, mit weißen Augen und Sabo vor dem Mund. Ich hoffe ja, dass wir im nächsten Kapitel Big Mom gegen Queen zu Felde ziehen sehen. Das wäre ein Kampf, den ich gerne sehen würde. Ich fand das Kapitel bisher so weit ganz gut. Es ist zwar far away from being perfect, aber naja, man kann es lesen. Was haltet ihr denn von diesem Kapitel? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, sowie einen Klick auf den dicken Abo Button. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.